Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute erneut mit meinem Kollegen Volker Zierke. Hallo Volker, ich grüße dich. Hallo. Und mit dem lieben Benni, der bereits in unserer Episode zu Napoleon zu Gast war und den wir natürlich erneut hier in unserer Runde begrüßen. Ich grüße dich. Klicke auf. Stoßen wir erst mal an. Ja, nicht zuletzt, ah, das schmeckt aber wieder gut. Nicht zuletzt dann auch mit meiner Person, Philipp Stein, dem Verlagsleiter. So, liebe Freunde, wir haben es angekündigt. Wir haben dazu in den letzten Tagen den ein oder anderen Social-Media-Post gemacht, wie man sagt. Es geht um Dune 2. Oder wie man hier im Osten sagt, Düne 2. Haha, schlechter Witz. Ähm, ja. Oh, heb die Beine, die Witze werden immer flacher. Ja, also wir wollen über Dune 2 sprechen. Und wie wir an den Reaktionen gemerkt haben, vor allem auf Telegram, aber auch auf Twitter, ist das in der sogenannten rechten Szenerie ein ganz großes Thema. Wir hatten ja, ich hatte die Folge zu Napoleon bereits angesprochen, wo du, Benni, auch zu Gast warst, wo wir auch gemeinsam im Kino waren, so wie auch jetzt wieder zu Dune 2. Ähm, da gab es auch schon ziemlich ausufernde, äh, sag ich mal, rechte Diskussionen. Da ging es natürlich vor allem um die Figur des Napoleon, um seine Verhältnis zu Frauen, um seine Darstellung, um die, ja, historische Authentizität und so weiter. Und bei Dune 2 scheint das Ganze jetzt nochmal ein neues Level erreicht zu haben. Ich weiß noch nicht so richtig, warum. Das werden wir vielleicht gleich noch rausfinden gemeinsam, warum sozusagen da das Interesse so unglaublich hoch ist von rechts. Und auch das, und so will ich es mal nennen, Konfliktpotenzial so hoch ist. Äh, das kreist natürlich um die klassischen Themen. Ähm, ich will es mal nennen, den Ethnopluralismus innerhalb des Films. Äh, natürlich die Buchvorlage um das Thema Religion, um das Thema Macht, um die Frage, ob die Bösen wieder die Weißen mit Glatzen sind. Springerstiefel haben sie ja nicht an, äh, hatte ich zumindest nicht beobachtet. Wurde selten abgefilmt. Wurde selten abgefilmt, ja, meistens hat man eher so oberhalb des Bauchs, ne. Immer nur das. Ähm, genau, also das sind so die klassischen Fragen. Und ich glaube, das könnte heute eine sehr interessante und auch lange Podcast-Episode zu Dune 2 werden. Ähm, ich hab mir zuvor die Frage gestellt, ob wir überhaupt einleiten sollen in die Folge. Also fragen sollen oder erklären sollen, worum geht's in dem Film, worum geht's in dem Universum. Volker, du wolltest dich, glaube ich, in dieser Frage ein bisschen hervortun und den allgemeinen Zuhörer ein bisschen darüber aufklären. Ähm, also wer jetzt gar keine Ahnung hat, was das ist, dem werden wir es nicht zu 100% erklären. Nee, das wird definitiv nicht gehen. Dafür ist das Universum zu groß. Auch Stenke-Folker kann das kurz abbrechen. Ja, wieder clever gemacht. Kurz abbrechen. Die schwierigen Sachen auf Volker abgeschoben. Die nächsten 43 Minuten könnt ihr euch also zurücklehnen. Ähm, ein kleiner Einspieler von Benedikt Kaiser. Ja, wir können vielleicht an der Stelle vielleicht mal Nils Wegner zuschalten, der uns das jetzt ausbreitet. Nee, ähm, Dune Part 2 offiziell natürlich, ähm, ist jetzt der neuste Film, ähm, der erste Teil überraschenderweise Dune Part 1 genannt. Ähm, beide spielen in einem Universum, das älter ist als, ähm, die beiden Filme, ähm, sondern der Wüstenplanet von 1965, äh, eben, äh, entlehnt ist und, ähm, diese beiden ersten Filme, Part 1 und Part 2, decken sozusagen den ersten Band, der Wüstenplanet, ab. Es gibt, glaube ich, noch, wir hatten vorhin die Diskussion, ich glaube, sechs oder sieben andere Bücher. Also sieben offizielle und drei eventuell, glaube ich, noch danach geschrieben, ne? Ja. Hat es du erwähnt. Bücher. Genau. Bücher. Buford. Buford, ja. Also es ist ein sehr, sehr komplexes, äh, Universum, äh, anders als jetzt, äh, zum Beispiel jetzt vielleicht bei Star Wars, wo es ja nur die ersten beiden Filme dann, äh, die ersten drei Filme dann gab und das ganze andere so erst später gekommen ist. Und es geht um den Wüstenplanet, ähm, überraschenderweise, ähm, Arrakis, ähm, oder eben Dune, äh, genannt, je nachdem. Und um das Spice, das dort auf diesem Planeten abgebaut wird, ähm, von verschiedenen Herrscherdynastien, die alle unter diesem Imperator, Imperium, sag ich mal, vereinigt sind. Ich glaube, man kann das so sich vorstellen vielleicht wie von mir aus das Heilige Römische Reich, also mit verschiedenen Königreichen darunter, die aber alle unter der Knute des Imperators im weitesten Sinne stehen, der aber sich hauptsächlich damit hervortut, ähm, nichts zu tun, ähm, beziehungsweise die Früchte seiner Arbeit, äh, zu, äh, ernten. Und das Herrschaftshaus, um das es hauptsächlich geht, das sind die Atriden, ähm, im ersten Film werden die abgedeckt, ähm, dort, äh, spielt der Paul Atrides, die Hauptperson, äh, auch im zweiten Film eine wichtige Rolle, aber auch sein Vater, äh, Leto Atrides und die Lady Jessica, die, ja, die Konkubine des Herrn, äh, Leto Atrides ist. Und die bekommen im Verlauf des ersten Filmes, äh, beziehungsweise ganz am Anfang als, als Grundprämisse des Filmes, das Lehen über diesen, äh, Wüstenplanet, um dort eben das wichtige Spice, im Buch Gewürz abzubauen, ähm, ähm, und wer das Spice kontrolliert, das ist eben, ähm, wichtig, der kontrolliert sozusagen, oder hat, äh, wichtig, ist ein wichtiger Machtfaktor in diesem Universum. Und, äh, äh, deswegen, äh, artet es dann alles in so einer Intrige aus, also die Harkonnen, das ist ein anderes Herrschaftshaus, äh, im ersten Teil, die hatten bis dahin über Jahre und Jahrzehnte hinweg, äh, äh, in Dune das Spice abgebaut, ähm, die, äh, deuten das als Machtverlust, wenn die Atriden, äh, das übernehmen und, äh, spinnen sogleich eine Intrige dagegen, ähm, 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 diese Machtübernahme auf, äh, äh, den Wüstenplaneten in einem Fiasko enden zu lassen und nebenbei, ich glaube, das kann man vorwegnehmen, äh, die Atriden ihre Konkurrenten auszulöschen und, äh, das ist im Prinzip das, was im ersten Teil passiert, ähm, die Atriden werden mehr oder weniger ausgelöscht, ähm, Paul Atrides und seine, seine Mutter können fliehen in die Wüste, wo sich die Fremen verschanzen, das ist das eingeborene Volk auf dem Wüstenplaneten, ähm, die am Rande der Wüste eben leben, ähm, und, äh, Widerstand leisten gegen diejenigen, die den Planeten ausbeuten wollen und in der Vergangenheit waren das eben die Harkonnen und, ähm, am Anfang von dem Dune Part 2 läuft es im Prinzip drauf raus, dass, äh, Paul Atrides versucht, das Vertrauen der, ähm, ähm, Fremen zu gewinnen, die zu vereinen und dann eine Art Guerillakrieg vom Zaun zu brechen, um die Harkonnen, äh, zu besiegen und, ja, sein Vater zu rächen, aber natürlich auch letztendlich, äh, die Herrschaft in den Planeten zu gelangen, äh, äh, zu bekommen und dann auch die Spice-Produktion letzten Endes wahrscheinlich zu kontrollieren. Das ist nämlich wichtig, ja, weil das Spice, ähm, ist, meine, es ist kein, nicht wie Öl, also einfach nur um Maschinen anzutreiben, sondern Spice ist eine Art Droge, die das Bewusstsein erweitert und, ähm, der Rohstoff, mit dem die Navigatoren, die Raumschiffe, äh, durch das Weltraum lenken können und, äh, wer das Spice kontrolliert, der kontrolliert letztendlich auch die, die, ja, den Weltraum und deswegen ist es so wichtig und, ja, ein Machtfaktor wie kein anderer in der Welt eben. Spice ist das LSD der Zukunft. Ja, wobei, wobei der Unterschied ja ist, dass die ja keine so heftigen Trips dann oder so fahren, ne? Ne, das ist ja im Prinzip wie so eine Art Kokain oder so. Ja, Bewusstseinserweiterung, ne? Die können ja dann gewisse Dinge anders sehen, ne? Sieht man auch bei dem Polarthritis, wo er dann anfängt, das Spice zu sich zu nehmen. Im ersten Film, äh, spielt es ja auch eine wichtige Rolle in dem Zusammenhang, aber es ist auf jeden Fall auch eine, ne, ja, wie sagt man da, äh, spirituell, psychisch verknüpfte, äh, Droge, eben nicht nur eine, wo man dann halt irgendwie auf einem Trip irgendwie eine halbe Stunde lang in die Badewanne startet und, äh, dann hofft, äh, dort Indianer tanzen, äh, zu sehen oder so ein Scheiß. Ja, Erfahrung, ja. Ja, und, ähm, sondern es gibt offensichtlich wirklich eine Ebene in dieser Welt, ähm, man merkt das zum Beispiel auch an den ganzen Prophezeiungen später, ähm, dass dieses Spice was mit einem macht, mit dem man was anfangen kann und das ist zum Beispiel in der Science-Fiction-Welt ganz interessant, ja. Ist ja im Film auch so dargestellt, das haben wir jetzt nicht erwähnt, dass die immer blaue Augen bekommen nach dem Verzehr, sag ich mal, von Spice. Äh, das heißt, du erkennst in der, in der Filmvorlage sozusagen immer, wer, wer ist, wer ist sozusagen auf Spice und wer nicht. Ja. Und in, äh, Dune 2 ist ja Paul am Anfang nicht auf Spice und wird erst sozusagen dann nach seinem, nach bei der Nahrung, er nimmt da dann nach und der Spice ist ja dann quasi typischerweise dort meistens mit drin vorhanden. Wird ja eine interessante, äh, Frage dann auch sein, ob sich das sozusagen im Laufe des Films auf seinen Charakter eventuell auswirkt oder nicht. Äh, mich hat das ja lustigerweise im Film nochmal so ein bisschen als kleiner Schwenk an Command & Conquer Tiberian Sun erinnert, was ich gerne gespielt habe am Computer. Ja, wir hatten es, äh, wir hatten gerade das Thema im Vorgespräch, genau. Ach was. Ja, weil er, ähm, Alarmstufe Rot 1 gezockt hat und ich hatte Alarmstufe Rot 2 gespielt, aber die Verbindung ist ja, dass die Entwickler von Alarmstufe Rot 1 und 2 Westwood zuerst Dune-Spiele gemacht haben. Genau, ich wollte gerade sagen, es gibt ja Dune 2, kam von Marrakes, unter anderem. Genau. Das habe ich gerade geguckt, ist von 1992. Ja, Alarmstufe Rot 1 basiert mehr oder weniger auf diesen Spielen. Ah ja, guck mal, auf dieser Technik. Genau, und es gibt ja auch noch Dune 2000, das ist von 2001. Ja, gut. Also, es gibt noch Emperor, Schlacht um Dune, also es gibt etliche Spiele. Die haben dann aber an Relevanz verloren. Die haben an Relevanz verloren und die bauen auch, äh, sehr stark auf dem Kinofilm von David Lynch auf, über den wir vielleicht auch noch, vielleicht können wir darüber auch noch kurz sprechen, also du hast es genannt, ich weiß nicht, ob es vielleicht ein bisschen zu kurz kam. Frank Herbert wird da vermutlich ausgesprochen, ist ja der Schöpfer dieser Buchreihe, Tetralogie oder was auch immer, also wie viel es da auch immer gibt. Und das ist ja eigentlich sozusagen die Grundlage, das kann man also nochmal wiederholen, also Stichwort Herr der Ringe Universum, Stichwort Harry Potter Universum und so weiter. Star Wars. Star Wars, wobei Volker ja schon sagte, bei Star Wars ja nur bei den ersten Teilen sozusagen, ne? Was, was denn? Also, die Star Wars Filme sind nicht alle auf, auf Buchvorlage, ne? Gar keiner. Der ist gar keiner, von Star Wars ist gar keiner auf Buchvorlage, aber George Lucas hat sich bei, ähm, den Episoden an Dune schon orientiert. George Lucas. Ja, mir ging's um Folgendes, ähm, dass sozusagen, äh, die Filme hier von Dune und auch sowas wie Harry Potter und Herr der Ringe und so weiter halt diese Buchvorlagen haben. Also, und sich da, da kann man jetzt ja drüber streiten, relativ stark dran orientieren. Das heißt, wir haben's ja wieder mit einem Regisseur zu tun, ähm, Villeneuve, ne, heißt er? Ja. Ähm, der sozusagen, ähm, Futter hatte für seine Geschichte, ja? An der er sich orientieren konnte, aber wie wir ja in den Rezensionen und Ähnlichem gelesen haben, nur zum Teil getan hat. Ja. Und das auch so ein bisschen aus dem Rhythmus bringt. Also, nicht ein Buch ist ein Film. Nee. Das haben wir ja bei Harry Potter beispielsweise, meine Güte, und bei Herr der Ringe auch, dass wir halt pro Buch ein Film haben. Das ist hier nicht der Fall. Also, es gibt hier eine ganz klare Buchvorlage und die filmische Umsetzung. Und da kann man, glaube ich, sagen, äh, vielleicht zur Entstehungsgeschichte auch des Films. Es gibt diesen David-Lynch-Film von, wann, 84? 84, ja. Der, äh, komplett gefloppt ist, oder? Der ist, naja, gut, mehr oder weniger gefloppt. Der sollte eigentlich drei Teile beinhalten, also soll dann ein gemütlicher Dreiteiler werden. Aber in der Produktionsphase hatten wohl dann die Produzenten ein bisschen Angst, äh, dass daraus wahrscheinlich nichts wird. Und haben dann David-Lynch gesagt, äh, du machst daraus einen Film. Und dann musste er dann die ganze Geschichte dann auf zwei Stunden runterbrechen. Und, äh, Volker sagt dann vor uns im Vorgespräch, dass auch David-Lynch seinen Namen dann aus den Credits auch entfernen lassen hat. Genau, ja, er wollte das nicht, äh, runterkürzen. Er hatte irgendwie einen Film, äh, über vier Stunden oder mehr im Sinne. Und der wurde ihm auf zwei Stunden runtergekürzt. Ähm, ich hab den damals, äh, also nicht damals, aber ich hatte den vor ein paar Jahren mal gesehen. Bin eigentlich großer David-Lynch-Fan, äh, ist, äh, bin, äh, Twin Peaks ist eine meiner Lieblingsserien. Ähm, der Film ist einfach Dreck, muss man einfach so sagen. Weil, also, schon aus der, der Grundprämisse heraus einfach eine Vision eines, äh, Regisseurs dort einfach, äh, zusammengeschnitten wurde, um, äh, einen kürzeren Film zu produzieren. Ich weiß auch nicht, ob ein vier Stunden Film so lustig gewesen wäre, aber, ähm, David-Lynch-Filme sind ja auch teilweise schwierig, ähm, langatmig und, und schwierig erzählt, sag ich mal. Ähm, aber die ganze Technik ist auch scheiße. Für 84, es sieht einfach irgendwie alles so ein bisschen, wie sagt man, goofy aus. Es ist so ein bisschen 80er-Jahre-Science-Fiction halt. Also, gut, Star Wars sieht halt wesentlich besser aus, muss man auch sagen. Ich weiß nicht, warum, ob das auch ein klares, eher eine, eine klare Design-Philosophie zugrunde liegt. Aber da sieht halt einfach alles schlechter aus. Ähm, ich meine, äh, den, den, äh, Fade Rauter, Harkonnen, der wird da von Sting gespielt. Und es sieht alles so ein bisschen, äh, cringy aus. Ähm, ja. Man muss, es ist, glaube ich, auch ganz wichtig, weil, weil man das schon sagt, Thema Vorgeschichte, ähm, wichtig zu sagen, dass es eben schon in den 70er-Jahren Versuch gab, Dune zu verfilmen, äh, von, äh, Chodorowsky, einem surrealistischen Argentinier, ähm, der sich durch, äh, grandios, äh, ja, abstrakte Filme hervorgetan hat, in der dann Lego-Arne durch so Maya-Ruinen laufen und alles explodiert. Äh, es ist, äh, es ist sehr, sehr bescheuert. Geht nach dem Blockbuster, auf jeden Fall. Ja, da. Und der hatte, ich hatte, ich hatte in der Dokumentation, ähm, Jodorowskis Dune, äh, vor kurzem angeschaut, das ist, ähm, sehr, sehr interessant, was er vorhatte, aber er ist natürlich auch ein sehr exzentrischer Typ, ähm, und, äh, überraschenderweise hatte Studio ihm dann halt den Film weggenommen, beziehungsweise haben gesagt, sie finanzieren das nicht mit ihm. Und, äh, ein paar Jahre später ist der Film dann bei David Lynch gelandet, ähm, aber deswegen sage ich, das ist wichtig, er hatte damals eben Leute wie, äh, Möbius, äh, beauftragt und, ähm, HR Giger, ähm, die Designs anzufertigen, beziehungsweise ein Storyboard zu erstellen und zum Beispiel die Designs von HR Giger, die wirken in ihrer Darstellung bis heute vor, weil, äh, äh, hier der, der aktuelle Regisseur offensichtlich Anklang an dieser Ästhetik nimmt. Definitiv, das werden wir, denke ich mal, nachher noch besprechen. Mhm, worauf ich so ein bisschen noch hinaus wollte, weil ich die Buchvorlage, äh, von Herbert sozusagen erwähnt habe, man muss sich vergegenwärtigen, und ich glaube, das ist auch vielen, äh, Zuhörern nicht bewusst, die vielleicht nur den ersten und vielleicht jetzt auch schon den zweiten Film gesehen haben, dass wir hier von einem ultra komplexen, großen Universum sprechen. Also, wir sprechen ja hier viel über, über Tolkien. Den Vergleich möchte ich jetzt nicht anstellen, weil da kenne ich mich zu wenig im Dune-Universum aus. Wir haben aber kurz Star Wars anklingen lassen und, äh, wir haben gesagt, dass sozusagen mehrere Bücher existieren. Das heißt, äh, dem einen oder anderen, der den Film vielleicht gar nicht kennt oder davon noch nie was gehört hat, dem mag eh schon der Kopfbrummen nach Volkers, äh, Mini-Einführung. Hakun hier, Fremen da, äh, Haus so und so da und dann, äh, dies und jenes. Und die Namen sind ja auch nicht ganz unkompliziert in den Filmen. Soll heißen, wenn wir über die Filme sprechen, dann müssen wir immer im Hintergrund behalten, dass wir hier über ein riesengroßes Universum sprechen mit verschiedenen Herrschaftshäusern, auch wenn wir beispielsweise später über die Hakonnen sprechen. Das ist ja auch kein einheitliches Haus sozusagen. Da haben wir dann in den Buchvorlagen auch verschiedene kleine Gruppierungen, die um die Macht kämpfen und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben hier einen sehr üppigen Fundus, aus dem, äh, Regisseur und Mannschaft schöpfen konnten, was gut ist, wenn man praktisch viel literarisches Material findet, was man verarbeiten kann. Andererseits ist natürlich immer das Thema, wie verarbeite ich das alles? Ähm, Stichwort Kritiker. Das ist nicht wie im Buch, das ist nicht wie in der Vorlage, das passt auch gar nicht zu dem, was, äh, Herbert wollte. Was ist hier die Aussage? Wurde das versaut und so weiter? Also, das heißt nur noch mal für diejenigen, die wirklich damit nicht so viel anfangen können, äh, Dune ist nicht einfach so ein Blockbuster wie, weiß er, Avengers oder so, wo man sich irgendeine Scheiße mal auf Deutsch gesagt ausdenkt und da hinknallt, weil halt die Leute das kaufen sollen, sondern bei Dune ist es sozusagen so, dass wir wirklich hier eigentlich ein richtig großes literarisches Universum vorfinden. Und das ist eine ganz interessante Sache, gerade für uns, glaube ich, dass es sich hier nicht nur um so ein kommerzielles Projekt handelt. Also, wir müssen, glaube ich, später noch mal über die, an sich, äh, vielleicht kurz darüber sprechen, inwiefern das legitim ist, auch, äh, ein Universum zu verändern. Ja. Ähm, ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir, um den, den Themenblock jetzt noch mal kurz abzuschließen, äh, hatte ich ja hier, äh, notiert, ähm, vielleicht einfach Reihe um kurz so ein Meinungsbild, äh, äh, zu, äh, zu geben. Jeder sagt vielleicht kurz, was, wie er den Film fand, ähm, ein paar Sätze und wir diskutieren anschließend darüber, bevor das dann, bevor wir dann, glaube ich, tiefer in die Themen vom Film einsteigen müssen, ne? Ähm, vielleicht kurz zum Setup. Äh, wir waren zusammen im Kino, das kann man sagen. Ja. Wir waren in einem sehr, sehr schönen Kinosaal, äh, alles war tip top, wir hatten ein, zwei Bierchen dabei, äh, wir konnten uns das Ding richtig in Ruhe anschauen, wir konnten im Nachgang ein bisschen drüber diskutieren, das ist sozusagen das Grundsetup. Wir haben uns das jetzt nicht bei Kino XTO reingezogen oder so und diskutieren jetzt darüber. Ich muss auch gleich sagen, um es vorwegzunehmen, ich werde den Film bald noch ein zweites Mal anschauen wollen. Also ich, kann ich, da kann man gleich einsteigen. Okay. Äh, und, ja, würde mich interessieren. Also wir hatten ja schon so ein bisschen kurz drüber gesprochen. Ähm, ich hatte, glaube ich, zu euch gesagt, als der Film vorbei war, ich weiß nicht, du saßt, glaube ich, neben dir, ne? Nee, du saßt, nee, du saßt neben dir, Volker, ich habe, glaube ich, nur, als der Film vorbei war, gesagt, geil, jetzt ziehen wir einen heiligen Krieg, ich bin bereit. Unser Dschihad und dein Dschihad. Der Dschihad beginnt. Ähm, ja, sagt mal, also, ich glaube, ihr habt beide zu mir gesagt, total geil, oder? Danach. Äh, definitiv. Also es ist auf jeden Fall, man kann es trotzdem, ist es ein Blockbuster, weil es halt auch Mainstream ist, aber ich muss auch wirklich sagen, es ist ein absolutes Kinoerlebnis, nicht zuletzt natürlich auch Hans Zimmer, die Musik, also die erschlägt einen nicht nur, ist wie eine Artillerie, die dir durchs Hirn pfeift. Und da muss man wirklich sagen, da hat er wieder eins an Arbeit geleistet, viele würden natürlich sagen, er hat wieder ein bisschen zu, manche Themen zu hoch gesteuert, aber gut, okay, wir bedienen jetzt ja nicht die Ü60-Fraktion, ne? Also wirklich, mich hat es vom Sockel gehauen, mich hat auch manche, ich sage mal, etwas langwierige Situationen dann wieder fast in einem Herzinfarkt enden lassen, ne? Also das muss ich schon mal sagen. Äh, die Screenplays an sich, die, äh, die Drehorte, äh, wie das Ganze gedreht wurde, wunderschön, einfach bombastisch, ne? Gerade auch auf dem Heimatbläden Harkun, da gibt's ja kleine, die werden wir nachher noch, Analogien, äh, zu anderen geschichtlichen Zeitpunkten, ne? Ja. Muss man sagen, die sind wirklich gut gelungen, ähm, aber auch auf dem, ähm, Planetentune, ne? Mega gut, man merkt auch, dass es auch, äh, direkt, äh, in der Wüste gedreht wurde, Jordanien, an mehreren Standorten, ne? Es ist wieder sehr gut und das auch vor allen Dingen fand ich schon gut, das CGI, das lässt sich in so einem Sci-Fi-Film natürlich nicht vermeiden. Stichwort Würmer. Genau, ist aber in dem Film wirklich auf das Nötigste runtergebrochen. Ja. Man merkt wirklich, da ist wirklich wieder gute Filmkunst, ähm, an der Mache. Ja, ansonsten brauch ich nichts dazu sagen, das andere werden wir ja dann gleich noch besprechen. Ich kann's tatsächlich jedem empfehlen. Du hast ja, Volker, Stichwort CGI, wenn man vielleicht in, in diesen Punkt auch das Filmische so ein bisschen einfließen lassen wollen. Ja. Weil das, äh, findet, glaube ich, später nicht mehr so, ähm, Würdigung. Äh, du hattest gesagt, dass beispielsweise, ich sagte ja schon bei den Würmern, das ist ja nun eine der, der, der prägnanten Szenen überhaupt in dem Film, wie die dann auch praktisch auf, auf ihn reiten als Prüfung, aber auch um sozusagen in den Süden zu kommen vom Norden und so weiter. Du meintest, das ist aber auch, du hattest dich ein bisschen belesen, so gemacht, dass tatsächlich auf irgendwelchen Figuren gestanden wurde und Co. Also nicht komplett animiert. Sie haben die Oberfläche des, äh, Wurms nachgebildet, wo er dann reitet und währenddessen dann halt Wüstensand in die Fresse, äh, geblasen, ähm, und das dann abgefilmt, ich nehme an, hinter einem Greenscreen, wo sie dann später dann die Wüste dann reingemacht haben, aber es ist nicht voll animiert, wie man das, ähm, ja, da gibt's das ganz bekannte Beispiel von diesem Avengers, äh, ist das, glaube ich, wo dann im Trailer, äh, dass ihr aber immer Marvel immer wieder mit, äh, in den, äh, reinschmeißen müsst, wenn's um Scheißfilme geht, ne? Ja, wir können auch Transformers nennen, aber, ja, deswegen fand ich den Film so gut, weil, weil im Gegensatz zu diesem, ja, äh, zu diesem Bombastkino, wie man's kennt, das mit so einer inhaltlichen Komponente verbunden wird und die Themen finde ich alle extrem wichtig, es geht um Geopolitik, es geht um so ein, ja, äh, Messias, äh, Glauben auch, es geht um Fanatismus, ähm, äh, es geht um Technologie und, äh, äh, spirituellen Gegensatz so ein bisschen, ähm, das hast du in Hollywood-Kino fast gar nicht mehr, ähm, und du hast es schon gesagt, Film, Ton, das bläst dich einfach um, man muss das, deswegen gehst du wahrscheinlich ein zweites Mal ins Kino, man muss das, glaube ich, im Kino auch gesehen haben, weil es sich vielleicht vom MacBook im Bett, äh, zu Hause um 21 Uhr, wenn man fast schon am Einpennen ist, einfach nicht so umbläst. Das wäre dem Film auch nicht würdig, muss ich sagen. Und, ja, äh, deswegen absolutes, äh, ja, Erlebnis, äh, muss es gesehen haben, ich, deswegen bin auch der festen Überzeugung, dass auch so ein Erlebnis, was einem mitgeben kann, wo man dann sich eben mitgerissen fühlt, wo man dann sagt, ja, jetzt Heiliger Krieg, das wäre schon was, ähm, ob das jetzt die Aussage des Films war, mal dahingestellt, aber wenn ein sowas schon so mitreißt, emotional, dann, äh, ist das schon sehr, sehr viel wert. Und, ähm, ich hatte es ja auch im Vorgespräch gesagt, ich habe auch ein bisschen, äh, die Nase voll von diesen Laberfilmen, also Oppenheimer und, äh, Batman und, äh, Joker waren solche Filme, wo, ähm, die sehr, sehr gut gefilmt sind, die eine tolle, äh, Geschichte erzählen, ähm, wo sich auch viel reininterpretieren lässt, aber wo im Endeffekt die ganze Zeit gelabert wird, ähm, in dem Film wird auch viel gelabert, ist auch ein überlanger Film, aber in jeder Sekunde spannend. Ich würde gerne noch hinzufügen, also ich habe mit dem Tune-Universum an sich gar nicht so viel am Anfang zu tun gehabt, ne, auch mit dem David-Lynch-Film, aber ich muss tatsächlich sagen, jetzt durch den, äh, durch das, äh, durch die Neuverfilmung, ne, will ich mich extra jetzt nochmal in die Thematik reinfuchsen, weil es klingt halt wirklich an allen Ecken und Enden so interessant, dass man da wirklich nochmal, äh, sich mehr damit beschäftigen möchte. Ich glaube, man kann es auch ein bisschen trennen, also es ist ja immer die Frage nach dem Kinoerlebnis, äh, du hast ja sowas wie Transformers jetzt mal eingeworfen, äh, finde ich, finde ich absolut schrottig, obwohl ich mir durchaus vorstellen könnte, dass man Charney durch Megan Fox ersetzt. Ne, das, 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 ne, das glaube ich nicht. Aber irgendeine Zicke in Hollywood wird so schön finden. Lassen wir doch diesen kleinen Spaß mal, äh, jedenfalls, ne, also, man kann ja auch trennen zu sagen, so ein Film ist gigantisch gut gedreht, ich hab mich übelst gefreut über den Film, aber inhaltlich ist es Müll. Ist zwar als Rechter immer ganz schwierig zu trennen, weil man sich natürlich an vielen Dingen dann auch stößt, da kann es noch so gut gemacht sein, aber, äh, Fakt ist, wenn wir mal versuchen, das zu trennen jetzt erstmal, ohne dass ich jetzt auf das Inhaltliche in irgendeiner Weise eingehe, ähm, wenn man ja jetzt, wie gesagt, argumentieren kann, ich kann kein gutes Kinoerlebnis haben, wenn mich, wenn mich die Rollen abstoßen oder so, ja, aber es ist aus einer, aus einer filmischen Perspektive, wir hatten ja heute hier auch einen kleinen Dreh bei uns, äh, im, im Verlagsbüro gehabt, äh, fürs Institut Iliad, das kann man sagen, mit Benedikt Kaiser, da haben wir uns ja auch mit unserem, äh, Stammfilmer, viele Grüße gehen raus an Simon, auch so ein bisschen noch über so technische Fragen, äh, unterhalten, der ja sagte, ähm, dieser ganzen, äh, Kunstfilmerwelt, in der er sich so bewegt, im Internet, wo man irgendwelche, äh, Hinweise und Tipps und Trends und so findet, äh, da wird über den Film auch extrem viel gesprochen, schon seit Monaten, wie, wie lange nicht mehr, das heißt, auch in dieser reinen, ich sag mal, Film-Kunstwelt ist klar, äh, Villeneuve hat hier mit seinem Team ein absolut krasses Ding geschaffen, also mit auch Filmaufnahmen, die man selten in der Form findet, das Krasse sind natürlich die Totalen, also diese, diese unglaublichen Totalen, das ist natürlich der Wahnsinn in der Wüste, äh, die sich ja auch verändert, ist nicht immer das Gleiche. Äh, äh, und dann, ähm, Simon sagte ja noch, hier hat so ein paar Details ausgeplaudert, ne, zum Objektiv, was da benutzt wurde, man versucht das wieder auf Oldschool zu drehen. Ein Helios 44 aus der Sowjetunion. Ja, tatsächlich, also, ähm, Technik wieder reduzieren, wieder zurückkehren zu alten, zu älteren Filmformen und so weiter, das kann ich jetzt nicht wirklich beurteilen, dafür bin ich viel zu wenig in der Materie. Aber wir sind dann trotzdem ja auch zu dem Schluss gekommen, dass dadurch, dass man diese analogen Objektive nimmt, diese alten, ähm, Objektive nimmt, äh, er hat das genau erklärt, äh, was da die Unterschiede sind, dass sie kratziger sind, dass die unschärfer sind, dass sie so einen Fehler behaftet, natürlichen, natürlichen Grain haben, der drauf liegt, dass man in so einem Science-Fiction-Film, die ja, also, im weitesten Sinne sind ja auch die Adventure-Filme und, und, äh, alles daran angeschlossene Science-Fiction-Filme, dass es da doch einen sehr geerdeten Look gibt und dadurch, dass auch nicht so viel CGI verwendet wird, sich tatsächlich alles so fühlt, anfühlt, als könnte man es anfassen, als, als, äh, wären es wirklich Gebäude gebaut worden, als wären die, ähm, die, 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 die Hubschrauber, die da rumfliegen, als wären das wirklich, ja, funktionierende, ähm, Gerätschaften, die auch draußen auf dem Hof stehen könnten oder landen könnten und, ähm, das ist schon sehr, sehr viel wert in, in so einem riesigen Kino, äh, wo man sich, glaube ich, auch oft durch so Materialschlachten dann erschlagen fühlt. Ja, interessant ist ja, ähm, dass eins der großen Themen des Filmes, ohne dass ich jetzt schon gleich in die Thematiken einsteigen will, ist aber auch diese Archaik und Hightech. Das ist eine Sache, die man in vielen Sci-Fi-Filmen natürlich findet, das ist jetzt nichts Besonderes, dass auf der einen Seite das eine Volk irgendwelche, äh, gigantischen Flugzeuge und, und, und Raumshuttle hat, die anderen leben gefühlt noch unterm Stein oder das, was hier zu tun haben mit einer Welt, in der man durch den Weltraum fliegen kann, sich die Völker aber mit Schwertern bekämpfen, was ja im Grunde genommen ist, nicht so wirklich Sinn ergibt irgendwie, aber was halt trotzdem in solchen Sci-Fi-Filmen oft Thema ist, in, in Dune ist es sehr, sehr präsent. Ich, äh, muss da als kleinen Werbeblock mal einbauen, aber es hat mich auch wirklich stark daran erinnert, von Guillaume Fay haben wir ja das Buch Ein Tag im Leben des Dimitri Oblomov verlegt, das ist ja, ähm, so eine Art literarische, ganz kleine, was haben wir hier, 128 Seiten, kleine literarische Auskopplung aus, ähm, Guillaume Fay's Werk Archäofuturismus, wo es ja um diese Thematik gibt, es gibt, äh, sehr wahrscheinlich, also in seiner Vorstellung, Zukunftsvision, gibt's Völker, die leben, ähm, ja, bisschen Völker, um auf unsere Planet Magnon-Folge, äh, zu rekurrieren. Ja. Völker, die haben sich dazu entschlossen, irgendwie in so einer Art Steinzeit, äh, Mittelalterwelt zu leben, weil sie das halt für gut halten, andere haben irgendwelche Hightech-Konstruktionen, in manchen Welten existiert das nebeneinander, Häuser, in denen künstliche Luft erzeugt wird und gleichzeitig, äh, was weiß ich, ähm, kämpft man aber noch mit Schwertern und so weiter und das hat mich so ein bisschen an dieses Oblomov-Buch erinnert und auch an so ein paar Szenerien, die er hier beschreibt und tatsächlich ist es, wie du sagst, alles in dem Film wirkt irgendwie echt. Ja. Also das ist total geil, um es mal so auszudrücken, du hast das Gefühl, dieses Raumschiff ist irgendwie abgenutzt und ein bisschen abgefuckt und stammt noch aus dem letzten Jahrhundert irgendwie und die anderen Dinger sind ganz neu, aber alles sieht, um den Begriff mal einzuwerfen, total organisch aus. Nix ist so glattgeleckt, CGI-mäßig, ja, die haben jetzt da einen Computer jetzt mal, blöd gesagt, eingegeben, 50 Raumschiffe mit breiten Flügeln und dann läuft's. Ja. Und, ähm, ja, das fand ich, fand ich sehr, sehr gut, das, äh, finde ich aber auch zum Beispiel bei, bei den älteren Star-Wars-Filmen ganz gut gelungen mit den, äh, mit den Raumschiffen. Ja, lustiges Beispiel, weil es ja wirklich einen Unterschied im Design gibt, äh, zu der, ja, inzwischen jetzt ist es, glaube ich, äh, die, ja, die, die mittlere, äh, Trilogie, ähm, weil die Raumschiffe dort erstmals eben, äh, mit dem Computer entworfen werden konnten. Die, äh, früher, die, der erste Star-Wars ist ja von 77 und, ähm, Imperium schlägt zurück, glaube ich, von 81 oder so, ähm, die haben die alle nachgebaut, so. Und deswegen sehen die auch kantig aus, weil das eben gebastelt, wie Modellflugzeuge gebastelt werden und die dann, äh, behindert mit Schnüren durch das Bild ballern im Prinzip. Und, ähm, du siehst es dann, weiß nicht, äh, Star-Wars Episode 1, dunkle Bedrohung, äh, diese, diese, diese silberne Raumschiff von dieser, äh, Amidala, ähm, Naboo. Die sind alle so lang gestreckt, so silbrig, ähm, kann man natürlich auch sagen, gut, das ist die Kultur von denen so, aber es sieht halt ganz anders aus und halt so geleckt, so. Ja, und in den noch Neueren ist es ja noch viel schlimmer. Genau. Also, das ist ja ganz schrecklich, das ist, das kannst du dir nicht angucken. Also, das ist, und das, das hat, ich weiß nicht, ob das auch aus filmischer Perspektive, wo wir jetzt ja noch nicht bei den Themen sind, aber mal beim filmischen, ob das auch so eine Rückkehr zur, zu dieser, zum Draht sozusagen, also zu einer traditionellen Darstellung ist, ich glaube, das erlebt man doch in einigen Filmen mittlerweile. Ich denke schon, ja. Dass sie das gerafft haben. Und ich denke auch, das ist, äh, aber, ähm, dadurch, äh, CJR und so, hat halt vieles einfacher gemacht, das ist halt die Königsdisziplin, da trauen sich halt dann auch wirklich bloß die Großmeister ran, ne, gerade diese Dinger. Wobei Villeneuve ja eigentlich nicht als Großmeister gilt, ne, können wir vielleicht über ihn auch noch kurz sprechen. Du hast gesagt, äh, Volker Blade Runner. Blade Runner 2049, genau. Das ist die korrekte franco-kanadische Aussprache, glaube ich, ja. Was? Blade Runner 2049. Blade Runner. Blade Runner, also, ist ja eigentlich keine so, keine so große Nummer, oder? Äh. Er hatte ja noch diese Arrivals, ne, das mit dieser Ankunft der Aliens, das war aber auch schon sehr bild. Sicario, ne? Sehr bildgewaltig, Sicario, ja, auf alle Fälle. Ja, genau, er hat vorher, ähm, ein oder zwei, äh, gut, Prisoners. Ähm, den hab ich nicht gesehen. Er hat ein paar Filme am Anfang gemacht, äh, Sicario hab ich gesehen, ähm, die nichts mit Science Fiction zu tun haben. Ich hab einmal im Interview gelesen, wo, wo stand, dass er eben immer Science Fiction machen wollte. Und nach so seinem Durchbruch mit, äh, Sicario und, ähm, Prisoners und, ähm, noch im Film, äh, durfte er eben dann sich an diese Science Fiction-Thematik, äh, wagen, ähm, die, ja, so in dem Sinne er in Hollywood, glaube ich, nicht so präsent war. Auch, weil er seine, seine Science Fiction immer mit so einem, äh, ja, ich will nicht sagen intellektuellen, aber so einem künstlerischen Aspekt, äh, verbindet. Also, Star Wars ist halt kein intellektueller Film, sondern im Prinzip halt eine Art vereinfachtes Herr der Ringe im Weltraum. Und, äh, ja. Okay, gut, 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 gut im Schreiben, ja. Ja, es ist sehr, sehr simpel. Es hat keine, keine tiefe, metapolitische oder theologische Aussage oder sowas, sondern es ist halt einfach eine spannende Geschichte über Luke Skywalker, ähm, dessen Eltern tot sind, der dann gegen das Imperium kämpft und währenddessen sein Jedi-Ritter-Erbe erkennt. Ich glaube, du wirst ja gerade unter den Hörern schon den ein oder anderen Feind machen, wenn du das jetzt so runterbrichst. Ja, man kann ja alles überall reinkaufen. Mir ist schon klar, dass das sein Charakter ist. Ja, 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 Feinde suchen. Nein, aber man kann ja auch Filme gut finden, die einfach nicht intellektuell sind. Ich meine, du schaust die ganze Zeit nur dumme Filme an und findest die gut. Das stimmt, das stimmt. Aber, ähm, das ist ja auch in Ordnung. Aber man muss ja auch nicht zwanghaft immer die ganze Zeit irgendwie, ähm, hochgeistige Themen in Filme, äh, in Filme sich reindenken. Und Star Wars ist halt kein intelligenter Film. Es ist ein guter Film, also zumindest die ersten beiden, also vier und fünf, sind gut. Und, ähm, aber die, äh, Arrival zum Beispiel ist ja ein, ein Science-Fiction-Film, in der es um die Sprache geht. Nämlich um die, eigentlich um die Frage, wie können wir eigentlich mit Aliens überhaupt kommunizieren, wenn sie denn auf dem Planeten kämen. Und, ähm, ich klicke laute. Ja. Also es geht da nicht darum, dass dann irgendwie dutzende Raumschiffe rumfliegen und, äh, Laserstrahlen abschießen und Riesenexplosionen. Den alten Planeten in Schüttenaschen legen und irgendwann irgendwann. Aber wir sind uns, glaube ich, einig, dass Villeneuve nicht ins, ins oberste Regal der Hollywood-Regisseure gehört. Na, jetzt offensichtlich schon. Ja, 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 aber ich meine davor. Also nicht im Sinne von, wir machen jetzt den und den Film, er ist der absolute, der absolute Oberbanger. Den müssen wir jetzt verpflichten. Also es ist jetzt, er gehört jetzt nicht zu den, den klassischen Hollywood-Leggin. Ich würde jetzt sagen, er ist eher so ein Außenseiter. Gerade, gerade, ob wir das nie so bringen. Und du sagtest ja, äh, Benni, äh, Dune 1 war kein so krasser Kassenschlager, ne? Er war, er war, also was heißt so krasser Kassenschlager? Das Problem war bei Dune 1, äh, der hatte kein großes, er hatte kein gutes Box-Office. Also es heißt, das erste Wochenende ist nicht so gut gelaufen, weil die halt gleichzeitig sich gedacht haben, ah, HBO Max, wir hauen den Film gleichzeitig auf den Streaming-Dienst. Wie gesagt, bei HBO Max. Und da hat natürlich gerade an dem Box-Office-Wochenende ein bisschen reingehaut. Ich hatte aber nochmal die Zahlen nachgeguckt. Er hat aber am Ende 150 Millionen Budget, ne? Werbeeinnahmen dann noch extra natürlich. Und hat 400 Millionen eingenommen. Also es ist okay. Es ist auch akzeptabel. Es ist deutlich mehr als das Doppelte. Es ist akzeptabel. Dune 2 hat zum Beispiel 190 Millionen Budget. Also gar nicht so viel mehr. Ne, würde ich aber dadurch schätzen, dadurch, dass, wie gesagt, es gibt jetzt keinen Streaming-Dienst, etc., würde ich schon schätzen, dass er mindestens das 2- bis 3-fache gut macht. Also könnte man so schätzungsweise, was man so den Zahlen so in den Netz hört. Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, wir hatten es ja vorher kurz besprochen, es gibt Netflix-Produktionen, die hauen einfach mal 500 Millionen raus, ne? Für irgendeinen Dreck. Für Müll. Naja, schon interessant. Also es ist gar kein so gigantisches Budget. Nee. Netflix zahlt dann halt auch mehr Gehälter. Die bezahlen halt Superstars für Drecksfilme. Ja gut, wir haben ja aber auf einmal das mit anderen Blockbustern der Hollywood-Ära vergleicht der letzten Jahre, haben wir ja wirklich brutal höhere Budgets. Ja. Also deutlich höher. Das ist sozusagen Dune 2, trotz seiner Bildgewaltigkeit, jetzt keine Nummer, die jetzt totgepäppelt war finanziell. Das definitiv nicht. Das sieht man ja auch an der Besetzung. Also ich meine, es ist ja nun nicht so besonders hochklassig besetzt, ne? Findest du? Ich finde es eine außergewöhnliche Besetzung. Viel vor allen Dingen, also viele bekannte Schauspieler. Alle bekannt, würde ich mal behaupten. Der Stellan Skarsgård hier, der den Imperator gespielt hat. Ja, aber das ist doch kein... Quatsch nicht, der den Baron Vladimir Harkon gespielt hat. Aber das ist eine richtige Superstarie, ist das doch nicht. Don Walken, der den Imperator gespielt hat. Ja, es ist kein Tom Cruise oder so, aber Christopher Walken ist... schon Gewicht, außer dass er irgendwie sechs Sekunden im Film auftaucht. Ja, aber auch der Timothy und hier der Zendaya, das sind ja nur aufstrebende Künstler, die jetzt gerade schon anfangen. Ja, aber okay, gut. Die werden jetzt auch gute Gagen bekommen. Kann man sich jetzt drüber streiten, aber ich hätte gesagt, das ist jetzt auch keine Besetzung aus dem allerobersten Hollywood-Regal, oder? Würde ich schon sagen. Ich würde es auch sagen. Glaubst du, dass Leute in den Film gehen wegen der Besetzung? Ich glaube, dass die meisten Leute sind halt... Wenn du einen Film mit Leonardo DiCaprio hast, dann gehen die Leute halt wegen der Besetzung rein. Ja, die meisten Leute sind aber nicht wie wir, die kennen dann halt keinen Leonardo DiCaprio, der übrigens auch schon 50 oder so ist, sondern... Den kennt ja wohl jeder. Ja, ich meine nur, wir leben halt in einer Welt, die, weiß nicht, filmisch gesehen, in der Leonardo DiCaprio immer noch 30 ist, ist er aber nicht mehr. Ja, das mag sein, ja. Und die Leute, die heute 30 sind, sind sozusagen diese Stars, diese Riege, denke ich mal, ohne dass ich jetzt einen Einblick in diesen Hollywood-Kosmos habe. Ich würde schon sagen, dass der wahrscheinlich freie Wahl bei der Suche nach seinen Stars hatte und schon ohne mit Rücksicht auf Gehälter da wahrscheinlich aussuchen konnte. Also gerade die zwei Hauptdarsteller, wie gesagt, Zendaya und der Timothy, also bei der jüngeren Generation, haben die gewischt, definitiv. Aber wir sind halt alte Säcke. Gut, ich will mal überleiten vom Thema der Stars auf eine andere Sache und zwar auf eine Frage, nämlich das Thema der Heldenreise. Ja. Volker, du hast zwei Romane in unserem Verlag verfasst, mindestens in einem geht es um eine Heldenreise. Okay. Naja, laut deiner Aussage, ne, Enklave, Stichwort Heldenreise. Ja. Ja, im Großen und Ganzen. Jetzt haben wir verschiedene Kritiken zu Dune 2. Wir haben ganz viele verschiedene Oberthemen. Auf einige davon werden wir jetzt eingehen. Ich will aber mal mit dieser grundlegenden Frage anfangen. Ganz viele Filme der letzten Jahrzehnte kreisen im Grunde genommen um das Thema der Heldenreise in der einen oder anderen Variante. Jetzt gibt es den einen oder anderen Kritiker, der sagt, der Film Dune 2 bricht mit der klassischen Heldenreise, also mit der klassischen Erzählung. Das heißt, Person XY erwacht irgendwo in Britannien, ist unterdrückt, entwickelt sich im Laufe der Geschichte zum Helden, dann zweifelt er an sich selber, erhält Unterstützung und am Ende besiegt er das Böse und ist der Triumphator und hat sein Volk, seine Gruppierung, sein irgendwas zum Erfolg geführt. So, und entwickelt sich auf dieser Reise halt zum Charakter. Was ist das Grundthema von Dune 2? Steht hier, oder von Dune generell, steht hier eine Figur im Mittelpunkt, die wir verfolgen? Ist es ein komplexeres Thema? Welche Rolle spielen die Figuren? So möchte ich mal irgendwie ein bisschen in die Thematik einsteigen. Auch Stichwort Chani zum Beispiel, ein mehr oder weniger geschätzter Filmkritiker nannte sie die Fackel der Aufklärung. Womit haben wir es hier zu tun? Ich würde sagen, die Entscheidung darüber, ob das eine Heldenreise ist oder nicht, hängt stark davon ab, wie man den Film interpretiert. Und wenn man eben, also, Stichwort Achilles will ich auch mal einwerfen. Dune 1 und 2 sind jetzt die Geschichte von Paul Atridis, der seinen Vater eben durch die Harkonnen verloren hat und erst Rache nehmen möchte, dann auf die Fremen trifft und zusammen mit den Fremen eben zusammen dann diese Welt zurückerobern möchte. Und dafür sich eben eine Prophezeiung zunutze macht, die ihn als den Messias ausweisen könnte. Wenn man das eben als gegeben hinnimmt, dass diese Prophezeiung tatsächlich auch in Paul sozusagen seine Erfüllung findet, dass er der Messias ist, dann ist es in meiner Augen eine Heldenreise. Und es gibt halt in dem Film, aber auch im Buch sehr, sehr viele Faktoren, die immer wieder das, ja, sag ich mal, in einem ambivalenten Licht erscheinen lassen. Nämlich, da ist dann eben die Chani, die eben sagt, ja, ich glaube daran übrigens nicht, ich glaube nicht an die Prophezeiung und ich finde auch, dass die Macht dich nicht verändern sollte. Also, du solltest nicht nach Macht gieren. Und im Verlauf des Filmes ist ja genau das, was passiert, nämlich, dass Paul versucht, die Macht eben an sich zu reißen, innerhalb der Fremen, aber dann natürlich auch auf dem Planeten und sozusagen zu einem Machtpolitiker, wie die anderen eben auch wird, mit Atomwaffen und allem drum und dran. Und wenn man das eben jetzt so sehen möchte, dann ist das eine Heldengeschichte, die dekonstruiert wird. Und davon hängt eigentlich auch alles ab. Davon hängt auch letztendlich ab, wie man den Film als Rechter findet. Ob man jetzt sagen möchte, dass der Paul und seine Mission, sein Fanatismus, seine Anhänger eine Geschichte sind, die affirmativ gesehen werden kann oder ob genau das eigentlich kritisiert wird, nämlich wie Leute eben einer blinden Masse Versprechungen machen, um dann letztendlich Macht anzureichern. Oder ob man sagt, dass genau das das Thema des Filmes ist und eben genau beide Interpretationen offen lässt. Oder ob das sogar gut ist. Ja. Ja, das ist ja, ich weiß gar nicht, mit welchem Thema wir anfangen sollen. Du hast ja hier so ein paar notiert, Kolonialismus. Ich habe ja immer mal wieder, man mag es mir nicht übel nehmen, bei den Fremen so ein bisschen an dieses Palästinenser-Thema denken müssen. Ja. Wir haben das Thema Ressourcenausbeutung, wobei das glaube ich im ersten Film noch ein bisschen stärker ist. Da geht es deutlich mehr um das Spice noch. Du hast den religiösen Aspekt genannt. Ja. Ich würde da gerne noch als religiösen Aspekt auch das Thema Führerkult natürlich ergänzen, was man ja mit Messias irgendwo auch in einsetzen könnte. Das eine als politische, das andere als religiöse Komponente. Und natürlich ganz extrem das Thema Geopolitik. Also manche würden ja sogar behaupten, der Film dreht sich hauptsächlich um das Thema Geopolitik. Ja. Und damit eigentlich wieder, ist es eigentlich wieder ein Kommentar auf unsere Zeit. Ja. Also ich weiß nicht, als die begonnen haben, den Film zu produzieren. Ich weiß nicht, wann es war, den zweiten. Ob da das Thema Ukraine-Krieg schon au vogue war? Vermutlich nicht. Aber wir leben ja in einer Zeit, wir hatten es jetzt wieder Palästina-Israel. Ist natürlich sehr interessant im Zusammenhang mit diesem Thema Fremen. Wir haben aber auch das Thema Ukraine-Russland. Da könnte man, ich möchte um Gottes Willen keine falschen Analogien jetzt irgendwie ziehen. So wie von wegen Tolkien hat beschrieben, wie die Atombombe zu Hitler findet oder eben auch nicht. Ja, das ist ja durchaus eine Deutung auch. Solche Dinge will ich, ich will das jetzt gar nicht mit irgendwelchen Staaten und Konflikten sozusagen übereinbringen. Ich glaube, das war auch nicht der Gedanke von Villeneuve jetzt oder so. Ja, aber das Thema Geopolitik ist ja extrem stark, sowohl aus einer gesamtheitlichen Perspektive, also wirklich Staaten oder Häuser oder Planeten, die gegeneinander kämpfen, aber auch dieses eher menschliche Thema der Ränke, dieser Ränkespiele, dieser Politik innerhalb der Häuser. Intrige, Verrat, also der Film, weil es ja so viel Kritik an dem Film gibt, auch von rechts. Der Film ist ja eigentlich deswegen auch so stark, weil du da hunderte von Themen drin findest. Ja. Und wie oft hast du das? Selten. Also das ist schon eine besondere Geschichte, würde ich sagen. Ja, und er macht halt diese Themen eben auf in so einer ambivalenten Art und Weise. Das heißt, man kann eben für alles Pro- und Kontrapunkte finden. Das heißt, wenn wir jetzt sagen wollen, ja, die Harkonnen, das ist wieder das Abziehbild des weißen Skinheads. Also die Harkonnen, die haben alle so einen komischen Chemotherapie-Look, also die haben keine Augenbraune, eigentlich gar keine Haare. Nee, genau. Genau. Ein stumpfes Abziehbild, um ja, den Rechtsextremisten wieder mal vor versammelter Kinomannschaft blöd zu machen. Andererseits kann man sagen, dass es für jeden dieser Punkte, also zum Beispiel die weiße Haut, zum Beispiel in den Büchern einen Anhaltspunkt gibt, warum das so ist. Nämlich, ja, also ich hatte mit dem Jonas kurz darüber geschrieben, der die Bücher gelesen hat, er sagt, es hängt auch damit zusammen, dass die ihren Heimatplaneten einfach komplett zerstört haben und diese schwarze Sonne ihre Haut ausbleicht. Und das sagt auch schon sehr, sehr viel über die Harkonnen aus, also wie die ticken. Man kann jetzt natürlich sagen, ja, das sind Faschisten und vielleicht sind sie auch so eine Art Technofaschisten, also die mit einem sehr, sehr mechanistischen und gewalttätigen Weltbild. Aber das erschöpft sich ja nicht einfach nur in dieser eigenen Schwarz-Weiß-Deutung. Die Harkonnen müssen jetzt von jedem als Faschisten gesehen werden. Weil wenn, es gibt ja auch sicher Leute, die jetzt sagen, ja, die Harkonnen kommen schon ziemlich bosshaft rüber, ne? Also die haben schon durch diese Kantigkeit, durch diesen Gladiatorenkampf, das ist ja schon... Wille zur Macht auch. Genau, es ist eine sehr, sehr prägende Szene, ne? Wie er da in dieser Arena, in so einer Art Gladiatoren-Arena mit so einem, ja, nicht erkennbaren Volk, ist natürlich auch nur eine Anspielung auf Reni Riefenstahl, die dann alle nur dann rufen und schreien. Und der, der, ja, der Wladimir Harkonnen, der Baron, der Oberbabu von denen sozusagen, der Fettsack, der lässt ja diesen, seinen potenziellen Nachfolger, den Veit Rauter, Harkonnen, dort in der Arena kämpfen und es kommt schon so ein bisschen in Gesprächen vorher raus, ja, ja, die machen das zur Show einfach nur. Ist ja auch so, weil zwei Gegner sind ja unter Drogen gesetzt. Genau. Und einer eben nicht. Ja, und Veit Rauter hat halt so ein Schild an, also so ein... Was er aber ausstellt. Was er dann beim dritten Gegner eben ausstellt, nachdem er sozusagen eine Geistersabsprache mit seinem Onkel Wladimir Harkonnen eben trifft, wo er eben feststellt, er will, dass er den Kampf eben so gewinnt, mit ausgeschaltetem Schild und gegen einen Gegner, der nicht unter Drogen gesetzt ist. Und wenn er versagt, dann stirbt er eben und war es eben nicht würdig, sein Nachfolger zu werden. Und wenn er es schafft, dann hat er sich seinen Platz unter den Harkonnen verdient. Die Harkonnen sind ja auch mehr als dieses Abziehbild dieser faschistischen Geschichte. Also du hast ja gesagt, das mit den Glatzen und so, alle sind weiß und so, das ist natürlich ein sehr markantes Abziehbild. Interessanter ist ja noch, dass es bei denen im Grunde genommen keine Art von Individualismus gibt. Also alle sehen gleich aus. Alle haben die gleichen Klamotten an. Du könntest genauso gut sagen, das sind keine Faschisten, sondern das ist das Abziehbild des Stalinismus, wo es eben nur ein Outfit gab und so. Das heißt, das ist eigentlich kein Bild des Faschismus, sondern im Prinzip der Autokratie. Also im Sinne von, das könnten... Ich meine, klar, die meisten denken sicherlich gleich an Hitler-Deutschland oder so. Ja, um das mal so zu sagen. Oder an irgendwelche anderen faschistischen Formationen. Du könntest aber auch genauso gut sagen, das soll jetzt wie die Sowjetunion karikieren. Also wir reden halt einfach von einer Gesellschaft, in der es eine ganz krasse Hierarchie gibt, in der es keinen Individualismus gibt, in dem es Gewalt und Totschlag sozusagen als Durchsetzungsmittel gibt. Das ist natürlich irgendwie beim durchschnittlichen Zuschauer, als der Faschismus ankommt. Das ist klar, wobei es ja auch die Kommentare gab bei Telegram, dass wir Szenen im ersten Teil haben. Ich glaube vom Haus von Atreides sogar, wo du auch Szenen hast, wo du denkst, das ist jetzt hier der Aufmarsch. Ja, eben. Und so weiter. Also so eindeutig ist es eben nicht. Und was mir wichtig ist, ist, wir können als, ich sag mal, rechte Filmkritiker oder rechte Kritiker generell, nicht nur bei Filmen, auch bei Büchern, nicht immer nur darauf abstellen zu sagen, ja, der Böse, das ist ein weißer alter Mann. Das hat ja hier unser geschätzter Historiker, äh, Freund Dr. Stefan Scheil auf Twitter getan, zu sagen, oh ja, also der, der, der Böse ist wieder, der Imperator ist wieder ein alter weißer Mann und die ganz Bösen, die da im Film rumspringen, das sind wieder Weiße und die haben alle schwarze Uniformen an. Ja, super, äh, das ist ja wieder ganz eindeutig ein, ein, ein Machwerk sozusagen der Woken, Hollywood-Industrie. Und ich glaube, das ist einfach immer zu einfach. Klar, ich hatte den Eindruck auch, ich muss euch sagen, wo ich im Kino saß und sah das, dann auch in schwarz-weiß gepackt, dachte ich mir, oh, warum? Also warum muss ich das so darstellen? Aber im Nachgang ergibt es, ich will nicht sagen, es ergibt einen gewissen Sinn, aber man muss fairerweise sagen, dass eben auch diese Fremen nicht eindeutig als, ich meine, schon eindeutiger als im Buch anscheinend, aber auch nicht so geradlinig als die Guten dargestellt werden und beim Haus Atreides auch nicht. Und diese Weiber, das wird auch noch ein interessantes Thema, worüber wir sprechen müssen, die Weiblichkeit in dem Film und sowas. Ja. Wie in diesem Buchschöpfer es sich so gedacht haben, Thema Gut und Böse, die Harkonnen sind die Bösen und die anderen sind die Guten, Stichwort Star Wars, wo wir eine ganz, ganz eindeutige Gut- und Böse-Färbung haben, die ganz, ganz klar ist. Das haben wir hier nicht. Das hast du ja auch kritisiert bei unserem Harry Potter Podcast. Ich glaube, das müsste dir ja sozusagen gefallen, weil du meinst, du magst das nicht mit diesem Gut und Böse Weltbild. Das haben wir hier eben nicht. Jede Partei ist auf ihre Art böse und gut. Na gut, ob die Hakonnen einen guten Teil haben, darüber kann man jetzt streiten, aber die sind alle sehr, sehr, sehr differenziert irgendwo. Also ich habe jetzt in den letzten zwei Tagen die ersten 100 Seiten vom Wüstenplanet Buch gelesen und ich glaube daran schon ablesen zu können, dass das ein Grundmotiv des Buches ist, aber ich glaube, das setzt sich in den Filmen auch fort, nämlich diese Ambivalenz. Es ist eben nicht die Heldengeschichte von Paul, sondern es wird immer wieder deutlich gemacht, dass alles aus verschiedenen Blickpunkten zu sehen ist. Also eine Besonderheit des Buches ist zum Beispiel, dass alle Gedanken kursiv gesetzt sind und es ist dann so, dass Paul sich irgendwas denkt, kurz bevor sein Schwertmeister reinkommt und der Schwertmeister kommt rein und denkt sich dann was über ihn. Das heißt, der Erzähler blickt sozusagen natürlich in alle Köpfe rein. Ist zum Beispiel Harry Potter, glaube ich, auch so. Also diese Erzählform ist jetzt nicht ungewöhnlich, aber es wird schon immer sehr, sehr genau drauf geachtet, immer den Blickpunkt der jeweiligen Person anzugeben. Und das ist zum Beispiel ein Kapitel mit den Hakonnen auch so. Es ist nicht so, dass es die jetzt aus der Handlung ausgenommen sind, weil es die Bösen sind, dass der Film sozusagen und auch das Buch keine Zeit damit verschwendet, sich die Gedankengänge und Intrigen der anderen Häuser und Akteure innerhalb der Handlung sich mit denen auseinanderzusetzen, sondern es ist eben so, dass alles genau beleuchtet wird. Man muss diese Motive von diesen Personen nicht immer alle gut finden oder nachvollziehen können, aber sie werden eben dargestellt und sie werden immer wieder in Kontrast gesetzt zu dem, was die anderen eben darüber denken. Und das ist ja, wie gesagt, bei den Hakonnen so, es ist bei den Arthriden so. Also die, ich glaube eben, dass dieser Film durch diese ambivalente Darstellungsform eben hauptsächlich auch auf dieses Thema Geopolitik anspielt, weil in der Geopolitik ist es ja auch so, dass es eben kein klassisches Gut und Böse geben darf, weil man sonst eben in so einen ultimativen Weltkrieg reingerät. Also wenn Putin der absolute Böse ist, dann ist es absolut gerechtfertigt, auch ihn mit Atomwaffen und NATO-Truppen in der Ukraine anzugreifen. So, aus irgendeinem Grund scheint es aber keiner der Politiker außer Macron jetzt in der Wirklichkeit so zu planen, was meistens einen Grund hat darin, dass die Welt eben nicht so einfach ist. Es gibt kein absolutes Böse, sondern kein absolutes Gute, sondern alles wird mit Motivationen und verschiedenen, ja wie soll man sagen, mit verschiedenen militärischen oder wirtschaftlichen oder sozio-gesellschaftlichen Gesichtspunkten begründet. Und so ist es eben in dem Buch und es ist ungewöhnlich für einen Science-Fiction-Roman eben, dass so viel Zeit auf diese Motivationen und Hintergründe und Intrigen verschwendet wird, oder was heißt verschwendet, aber dafür so viel Wert drauf gelegt wird, um das darzustellen. Und es sagt uns sozusagen als Leser, aber natürlich auch als Zuschauer dieses Films, dass dort eben mehr unter der Oberfläche ist, als nur dieses Schwarz-Weiß-Bild von dem Hakonnen, der Bock auf Gewalt hat. Es geht nicht nur um den Hakonnen als Faschisten, sondern es geht darum, dass die Hakonnen ein fundamental anderes Weltbild haben als zum Beispiel die Atreiden. Und dass sich die Fremen in ihrer ganzen Gesellschaftsstruktur und ihrem Denken vollkommen unterscheiden von den Atreiden wiederum. Und das wird eben sozusagen auch im Film, findet dort einigermaßen Niederschlag, dass die eben alle Unterschied sind, dass keiner von denen richtig gut ist, keiner von denen richtig böse ist und dadurch eben dieses Fass Geopolitik eigentlich erst auch so richtig aufgemacht wird. Ja, zumal unterm Strich, wenn du es mal ganz einfach runterbrechen willst, alle Häuser, die dort vorgestellt werden, haben nur ein Ziel, die Kontrolle über die Spice-Felder und das Spice abzubauen. Und der Abbau des Spice, das haben wir schon festgestellt, bedeutet in diesem Universum automatisch die Macht gewissermaßen über alle anderen. Soll bedeuten, du siehst gewissermaßen ein Kampf der Weltanschauung, ein Kampf der Grundüberzeugung, meinetwegen der Völker, der politischen Ansätze. Du könntest das ja auch ganz banal runterbrechen, Islamisten, Faschisten und demokratischer Werte Westen, irgendwie so, wenn man das mal ganz banal sozusagen sagen will. Und alle wollen eigentlich das Gleiche, nämlich eigentlich nur Spice abbauen. So, und das ist doch ein ganz, entschuldigt, jetzt bin ich ja fast ausgerutscht, ein ganz interessanter Ansatz. Also zu sagen, die verfolgen alle im Grunde genommen eigentlich keine, ja wie soll man sagen, keine tiefgehenden Hintergründe, sondern die wollen halt die Macht. Und ich würde aber doch mal, und da würde ich euch beide gerne fragen, ich würde doch mal gerne noch auf die rechte Kritik sozusagen eingehen wollen. Fangen wir mal mit der einen Geschichte an. Besetzung. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, wenn man es jetzt mal ganz einfach sagt, wir haben ja den Trend in den letzten Jahren, vor allem gar nicht mal Jahrzehnten, sondern wirklich Jahren, zu dieser Neubesetzung schon etablierter Charaktere. Ich will hier mal das klassische Beispiel nennen. Ariel, die Meerjungfrau, jeder von uns kennt sie, ist in der neuen, ja. Lexikanisch. Ja, ich will gar nicht sagen, also so genau kann ich das nicht auseinanderhalten. Aber es ist so in die Richtung Mokka bis Schwarz. So kann man das glaube ich sagen, farblich. Und das könnte man jetzt sozusagen beliebig weiterführen. Disney ist leider mittlerweile ein sehr großes Negativbeispiel für diese Geschichten. Kann man aber sozusagen durchziehen. Es gibt ja immer diese absurden Beispiele von, ich weiß nicht, wo Cäsar dann irgendwie als Schwarzer besetzt wird und so. Das sind natürlich alles keine Hollywood-Blockbuster, aber das ist so ein gewisser Trend, Stichwort Wokeness, wo man sozusagen beginnt, gerade auch, ich meine, wir brauchen nicht über die aktuellen Werbung zu sprechen, wo gemischtrassige Paare dann vorkommen. Von die ganzen Casts bis hin zu so Zeug wie Germany's Next Topmodel und so. So, gehen wir mal über zu Dune. Wie verhält es sich da? Ist das eine Geschichte von einem gemischtrassigen arabisch-schwarzen Wüstenvolk, das hier im Sinne des Antikolonialismus als die Guten im Befreiungskampf gegen die Bösen dargestellt wird? Ist das so? Ist ja so eine rechte Kritik. Jetzt guck, jetzt haben wir sie hier wieder. Da sitzt das Wüstenvolk und kämpft gegen die bösen Ausbeuter, die ihre Rohstoffe wegnehmen wollen. Das passt ja wieder. Das ist ja wieder hier typisch Wokeness. Ist das so? Ist das der Inhalt des Films? Also ich weiß nicht, ob er das bewusst so darstellen würde, aber auf jeden Fall, ich denke mal als Normalbürger, wirst du schon den Anschein haben, dass das sein könnte. Ich meine, die Leute sind ja auch genauso dargestellt. Ich glaube, der Haufen von den Fremden, zumindest die man am Anfang sieht, die findest du wahrscheinlich auch in jedem arabischen Dorf. Die brauchst du bloß zusammenkornen, dann hast du deinen Cast zusammen. Sag ich mal. Ich kann schon nach Chemnitz reinzufahren, aber... Bin ja leider nicht so oft. Danke. Aber ja, zumindest für den Normalbürger wird das auf jeden Fall definitiv, also wer noch über zwei Gehirnzeiten verfügt, dem wird das bestimmt zuvorkommen. Ja, aber das war es halt auch schon. Ja, aber das war ja auch bis die Frage. Ich finde halt, was der Film sehr, sehr gut macht, ist eben diese, ja wie sagt man, Worldbuilding, also diese Welt, wir hatten das am Anfang schon, diese Welt aufzubauen und nachvollziehbar zu machen. Und dazu gehört es halt auch immer, ja ein Gefühl für die Menschen und Völker dort zu haben. Ein großes Negativbeispiel wäre jetzt zum Beispiel die Ringe der Macht von Amazon, wo es eben dieses lustige Hobbit-Volk gibt, das eben aus Hobbits of Color genauso wie aus normal weißen Hobbits besteht. Und man sich natürlich unwillkürlich die Frage stellt, wie es diese komischen Proto-Hobbits, ja 2000 Jahre vor den Geschehnissen von der Herr der Ringe geschafft haben, ja zur multikulturellen Gesellschaft hinzuwachsen. Das heißt, dieses Gefühl der Ortlosigkeit, das wir in unseren deutschen Städten schon haben, dadurch, dass sich alles so beliebig anfühlt, dass die Architektur beliebig ist und auch die Zusammenstellung der Fußgängerzone in menschlicher Hinsicht beliebig ist, das würde sozusagen auf Filme übertragen. Und das ist meiner Meinung nach in Dune eben nicht so, weil trotzdem es eine Art, ja, ethnische Kohärenz gibt. Das heißt, die Harkonnen sind eben alle weiß. Das liegt, wie gesagt, an der Sonne, aber es ergibt Sinn in diesem Universum. Es ergibt auch Sinn, dass das Wüstenvolk eben ein dunkles Volk ist. Thema Melanin und sowas in der Haut. Ja, ich sage mal so, wie willst du denn eigentlich ein Wüstenvolk auch anders darstellen? Genau, und die Arthriden werden ja auch, sage ich mal, mit ihren Darstellern, sage ich mal, als Griechen dargestellt, was innerhalb des Buches wiederum Sinn ergibt, weil die sich letzten Ende von so Art Helenen ableiten, auch mit der ganzen Symbolik. Wir haben zum Beispiel den Stier und das Falken-Logo als Wappen und sowas. Das macht in dem Zusammenhang einfach Sinn, dass die eben so aussehen. Und dadurch fühlt man sich natürlich auch in dem Film mehr zu Hause, wenn eben die Leute in einer bestimmten Ethnie auch so aussehen, als würden sie in einer bestimmten Ethnie anhören und nicht einem multikulturellen Gulasch. Und daher finde ich das in Ordnung, wie die Fremen eben dargestellt werden. Und das ist eben, ja, Schwarze bis, was ist der politisch korrekte Terminus? Ich will nicht Sandnäger sagen. Schwarz gelesene Menschen? Weiß ich nicht. Araber. Araber. Araber, ja. Klar, also ich meine, das ist natürlich wieder das, was du als allererstes liest, wenn du die Kritik so dir anschaust. Also ja, weißer Mann, der der Messias ist, führt eine Liebesbeziehung zu einer schwarzen oder halbschwarzen und verknallt sich in die und die Rolle von ihr ist so stark. Und sie ist die Frau, die ihn irgendwie so korrigiert und so. Ich meine, so eine Kritik ist ja irgendwo legitim. Es ist halt aber auch immer irgendwie so eine Art Reflex, sozusagen, ach guck mal, das brauche ich mir ja gar nicht anzuschauen, diesen Film. Das ist ja wieder wie immer, da hat ja Hollywood wieder sozusagen den Vorgaben der Zeit gefolgt und so. Das ist eine Kritik, die relativ häufig, wenn du so guckst, ja, das ist eine Kritik, die da relativ häufig geäußert wird. Da brauche ich ja gar nicht mehr ans Kino. Die Weißen sind die Bösen, der alte Mann ist der Imperator, der muss irgendwie weg und dann gibt es die Araber, die putschen irgendwie dagegen. Und das ist halt, ähm, das ist halt ein Niveau, wo ich mir sag, ähm, so kann man erst mal reagieren, wenn man das sieht und man sieht den Cast und man denkt sich so, hm, okay, und dies und jenes. Aber ja, im Großen und Ganzen, das ist dann halt zu einfach, ne, irgendwo. Definitiv, ja. Vor allem, weil auch die Filmstudios, die kriegen es ja mehr oder weniger auch vorgesagt. Ich meine, die Oscars haben ja ihre Richtlinie auch langsam angepasst, ne. Leute kriegen keinen Oscar, sag ich mal, wie werden, ähm, gewisse Gruppen in manchen Filmen dargestellt. Sind homosexuelle, äh, Schauspieler da, waren homosexuelle in den Filmen dargestellt. Hast du welche gefunden? Sind die, nein. Hauptdarsteller vielleicht. Kann vielleicht sein Fleisch nur noch der Timothy, man weiß es ja nicht, ne. Oder was ist? Eigentlich müssten ja die, die Harkonnen, die Schwulen sein, das würde ja wieder in so eine Welt irgendwie reinpassen, von so einer politisch korrekten, äh, Filmcrew, die dann irgendwie sagt, naja, die Faschisten sind eigentlich alles Homosexuelle. Also im Buch sind es tatsächlich, äh, komplett geisteskranke, ja, wie sagt man da, abnorme sexuell gesehen. Ja? Ja. Ja, aber das sagt auch was über, äh, die sind halt komplett entmenschlich, diese Typen, durch diesen Bezug zur Technik eben und, und der Art und Weise, wie sie ihre Leben führen. Aber es ist auch eben das Thema, das ist gar nicht so bei denen so, dass die die megakrassen Faschisten sind, sondern die sind eigentlich geisteskranke Technokraten. Ja, Thema, ähm, Öko-Faschismus-Ausgabe, die kehre, ähm, wie faschistisch ist es denn, sich komplett zu entmenschlichen, also, und, äh, von, ja, lebenserhaltenden technischen Maßnahmen abhängig zu sein. Es gibt, glaube ich, durchaus so einen rechten, äh, Strang, der jetzt, glaube ich, auch auf Twitter sehr großer, ähm, großer Beliebtheit erfreut, äh, Thema der beeindruckende Tisch. Aber, ähm, das ist ja nicht unser Weltbild erstmal und ich glaube auch, ähm, keins von jemand, der irgendwie noch normal in der Birne ist. Also, ähm, das, das, was wir als Rechtsempfinden, auch immer mit einer Art Natürlichkeit, äh, herrührt und dass, äh, von dem Hintergrund eher die Arthriden auch als rechts gedeutet werden könnten und wahrscheinlich noch als viel rechter als diese kompletten, äh, äh, Techno-Fanatiker bei den Harkonnen, das halte ich schon für, ja, auch am Film ablesbar eben. Ich frage jetzt, was sagt der Film denn aus, um das mal zum, zum, zum finalen, zum finalen Punkt zu führen. Ähm, wenn man sich die Kritiken zu dem Film anschaut, dann findet man zum einen Religionskritik, weil gesagt wird, ähm, die Fremen folgen praktisch. Praktisch einer Prophezeiung, äh, die eigentlich nur erdacht ist und zwar von einer Art weiblichen Führungskaste. Die haben sich das ausgedacht und die haben vermutlich auch noch auf anderen Planeten sich Religionen ausgedacht, um dort sozusagen für Ruhe zu sorgen, beziehungsweise im Notfall auch eine Revolution auslösen zu können. Das heißt, Religion ist gar nicht existent, sondern man hat eigentlich nur von einer kleinen, geheimen Kaste, äh, überall Religionen eingepflanzt. Die man sich ausgedacht hat, um die Leute besser beherrschbar machen zu können. Da könnte man jetzt, das ist die klassische Religionskritik, sagen, der Film ist antireligiös. Dann gibt's den Deutungsstrang zu sagen, äh, wir erleben hier den Aufstieg eines machttrunkenen Führers, der von einem Normi zu einem, ja, machtgeilen Herrscher wird, der sozusagen seine eigenen Ideale verrät. Und das zeigt irgendwie, dass Macht korrumpiert. Und wir finden hier den Führerkult wieder, der sozusagen ganz viele Leute in den Tod führt. Sei es nun durch den Heiligen Krieg oder durch, äh, was weiß ich, Intrigen und so weiter. Und da wird ja behauptet, äh, der Film ziele darauf ab, den, 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 den Zuseher von sich selbst zu erschrecken. Also wir finden sozusagen Paul genial und merken dann irgendwie, oh Gott, wir sind ja selber dem Führerkult sozusagen erlegen. Das sind ja so diese Dinge, wo behauptet wird, dass, dass, ähm, Villeneuve, aber auch der, der Autor des Buches, Herbert, äh, da irgendwie, dass das das Ziel gewesen sei, dieses Buches und dieses Films. Und wir hatten's ja, äh, Volker, wir beide hatten's schon mal im Vorgespräch. Tja, wie gut wirkt denn sowas? Wie, wie findet das denn ein junger, 20-jähriger Mann, wenn er sieht, dass ein, mal auf Deutsch gesagt, richtig krasser Ficker mit seinem Schwert so eine Düne runterläuft und wie der Oberboss dann noch den, Spoiler, Spoiler, äh, Warnung, den, äh, Hakon-Gegner da in so einem total krassen Zweikampf Mann gegen Mann umbringt, um dann zum Herrscher zu werden, ist das denn wirklich abstoßend? Nee, auf keinen Fall. Ist das anti-totalitär? Ist das, ist Soldat, so hatten wir's, ist Soldat James Ryan ein Anti-Kriegsfilm? Ist American History X ein Anti-Rechtsfilm? Kann man das auf Dune 2 übertragen? Ist das ein Film, der bei den Leuten so wirkt, dass Religion fake ist und dass Führerkult scheiße ist? Ja, also ich weiß nicht, wie es bei normalen Leuten ankommt, das ist mir aber auch ehrlich gesagt vollkommen egal. Ja, wir können nicht in Köpfe von anderen reinschauen, sondern ich sehe einfach nur, dass der Film eben sich das offen lässt. Es geht halt, es gibt eine Möglichkeit, es in beide Richtungen zu interpretieren und haben wir auch einen Artikel gelesen aus dem englischsprachigen Raum, der eben sagt, der Film würde seine eigene, seine eigene Aussage durch die Figur der Chani eben unterminieren, weil man sie als, ja, People of Color und Girlboss sozusagen automatisch nervig findet und der Film ja eigentlich vorhätte, uns sie als Heldin aufzubauen, die den, den faschistoiden Fanatist Paul gleich durchblickt. Aber ich glaube eben nicht, dass es so ist, sondern ich glaube, dass jemand, der die Chani gut finden will und diese Religionskritik, dieses Religionskritik-Thema gut finden will, der kann diesen Film auch so interpretieren. Aber genauso gut ist es eben möglich, den Paul eben als das wahrzunehmen, wie er eben im Film mit Hilfe Musik und komplett geiler Aufnahmen gezeichnet wird, nämlich als krassen Ficker. Und das ist meiner Ansicht nach absolut legitim. Und wer sollte das denn entscheiden dürfen, ob der Film nur so oder so gelesen werden darf? Ja, darf sicherlich nicht, aber die Frage ist halt, wie es ankommt. Ist halt schwer zu sagen, ne? Naja, vielleicht, wenn du als junger Araber in Berlin-Kreuzberg lebst und in einer religiösen Familie aufgewachsen bist und den Film dann siehst, ich denke schon, das könnte dich schon fast radikalisieren, wenn du das siehst. Ja, was ja in Ordnung wäre. Ist okay, ja. Jeder, wie er meint. Ja, das ist eine, ich weiß nicht, ob das eine unbefriedigende Antwort ist. Das ist halt, ähm... Ich glaube halt, was wichtig ist, ist halt, dass diese Ambivalenz zum Thema des eigentlichen Films wird. Dass es eben diese Möglichkeit gibt, dass der Film durch keine seiner Maßnahmen, die er eben hat, um eine Aussage zu bestärken, den Zuseher allzu sehr in eine Richtung drängen will. Es gibt eben beide Möglichkeiten der Interpretation. Es gibt ja auch Filme, die eben ganz, ganz plakativ und ganz eindimensional sind. Aber das ist hier eben nicht der Fall. Und genauso ist das ja eben mit der Geopolitik. Und deswegen halte ich das ja für so ein, äh, das zentrale Thema des Films. Und, äh, du hast es ja vorhin in meiner, ähm, Tages-To-Do-Liste schon gesehen, dass ich, äh, den Dune Part 2 für den Film des Multipolarismus halte. Also für diese Ansicht, dass es eben verschiedene Standpunkte gibt, verschiedene, ähm, Kulturen, verschiedene Machtpole letztendlich. Wie sie diese, ähm, das können die Häuser in dem Film sein, das können aber eben auch die Art und Weise sein, wie dieser Film zu interpretieren ist. Und dass jeder dieser Standpunkte sozusagen seine Berechtigung innerhalb dieser Filmlogik findet, dass du für alles Argumente findest, dass es eben kein ultimatives Gut und Böse gibt. Und das halte ich in einer Zeit, in der, ähm, Filme immer wieder versuchen, uns in eine gewisse Richtung zu drücken und ein gewisses Weltbild aufzudrücken, für eine sehr, sehr gute und sehr, sehr wichtige Sache. Und deswegen halte ich diesen Film auch für so wichtig. Das heißt, du siehst es nicht so, dass wir die Hakonnen haben, schwarz-weiß, weiß, Menschenfresser, äh, und die Fremen. Und dass der Film im Grunde genommen eigentlich so eine relativ platte Aussage trifft, von wegen Gut und Böse sind hier vorhanden, auch durch seine Ästhetik. Ja, ich glaube, dass man die Ästhetik der Hakonnen gut findet und ich glaube, dass viele Leute, die das sehen, die Ästhetik der Hakonnen gut finden. Die Hakonnen sind nicht gut, sie sind Menschenfresser, aber das ist halt einfach so, weil das sozusagen deren Ideologie ist. So, genauso wie eben der, der Wertewesten im Prinzip eine, eine, einfach eine Ideologie ist, die alle anderen Ideologie, Ideologien versucht aufzufressen. Also, die einen sind Menschenfresser, die anderen sind Ideologiefresser. Es gibt halt verschiedene Ansichten darüber, wie das Weltbild zu sein hat und in dem ist nichts tolerant. Ja, wir haben ja auch, äh, bei den Fremen beispielsweise, das ist ja auch ganz interessant vielleicht, dass die, äh, ja selber eigentlich, ähm, auch nicht auf das Bild dieser intellektuellen Befreiungsnationalisten jetzt passen, ne? Ja. Also, sondern, dass die ja auch mehrfach im Film zu ihm sagen, also zu Paul, äh, naja, du bist ja eigentlich keiner von uns, du gehörst nicht zu uns. Und vor allen Dingen haben die ja auch, ähm, auch verschiedene Ansätze. Du hast ja die Fundamentalisten im Süden gehabt. Genau. Und dann hast du ja die Gemäßigten quasi im Norden gehabt, wo Paul hat erst gesagt, er möchte nicht, äh, in den Süden fahren, weil er Angst hatte vor den Fundamentalisten, weil er das ja auch in seiner, äh, in seiner Vision gesehen hat, ne? Und deswegen, es ist ja auch alles nicht einheitlich, ne? Da gibt's halt auch verschiedene Strömungen, auch in der, in der, in der Fremen. Tja, ein, äh, ich glaube man, wenn man, wenn man jetzt das noch gar nicht kennt und noch gar nicht gesehen hat, wird man aus dem Podcast nicht so richtig schlau, weil das ist schon, man merkt, obwohl das eigentlich so ein Hollywood-Blockbuster gewissermaßen ist, eine recht komplizierte Angelegenheit. Ich glaube, du wirst mit diesem Podcast und auch mit allen Podcasts, die es zu tun gibt, niemanden befriedigen können. Also, wenn es mal vielleicht einen gibt, dann kann er es dann in die Kommentare schreiben oder so, ah, ich glaube nicht. Dafür ist das Universum zu groß, dafür ist, äh, wie Volker das so sagt, interpretiert es auch einfach jeder anders, ne? Da wirst du niemals aufeinander kommen. Was ja eigentlich auch für die Komplexität, also für das, gut für den Film ist, sagen, ist doch geil, wenn es einen Film gibt, wo wirklich so viele Leute eine andere Meinung drüber haben, als wenn so, ja, ja, stimmt, das geht in die eine Richtung. Zumal, äh, das Schöne mal ist, dass, dass hier beide Komponenten zusammenkommen, also du hast so eine, ja, so eine Komplexität des Inhalts und auf der anderen Seite aber auch so eine bombastische Optik. Also, es ist jetzt nicht so, ist ja oft so, dass Filme, die inhaltlich komplex sind, halt wie Volker jetzt das eingangs, glaube ich, genannt hat, irgendwie so, so Laberfilme sind. Also, wo du sagst, naja, inhaltlich hat mich das jetzt total mein Kopf zerstört und ich denke darüber nach und ich fand das total interessant, aber es war halt kein Kinoerlebnis. Und was Dune halt schafft, ist, dass du irgendwie beides zusammen hast. Also, wir reden jetzt hier seit über einer Stunde, weit über einer Stunde über diese Inhalte und gleichzeitig sagen wir aber auch alle unabhängig der Inhalte, war das ein total krasses Kinoerlebnis. Ja, mega gut. Und das ist eigentlich sehr, sehr selten, dass du das irgendwie zusammenkriegst, ähm, dass das mal irgendwie zusammenpasst. Und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, egal ob rechts, links, was auch immer, absolute Empfehlung, den Film anzuschauen, weil es ein Erlebnis ist, im Kino unbedingt, aber auch halt darüber nachzudenken. Ob man das, also wie man das jetzt sieht, wie man das interpretiert. Man könnte ja auch fragen, was bist du für ein Typ? Welchem Haus ordnest du dich zu? Keine Ahnung, ja. Weiß ich nicht. Das könnte man ja auch fragen. Theoretischerweise, ja. Erstens, auch die Bücher können wir jetzt wahrscheinlich mal lesen, vielleicht, ne? Was natürlich interessanter ist, ein dritter Teil ist mehr oder weniger angekündigt. Ja. Unter dem Arbeitsnamen Dune Messia. Von daher sehen wir uns dann in drei Jahren wieder, ne? Der Spricht ist in drei Jahren. Vielleicht wird dann unsere Kritik dann auch anders interpretiert. Mal schauen. Man könnte auch dieselben Leute dann wieder reinschreiben, dass eine der Hauptdarstellerinnen ja schwarz ist und dass das total scheiße ist. Hoffentlich, hoffentlich. Also bitte drum, um die Kommentare sind noch gut. Vielleicht wird Michael Jackson noch gesetzt. In Wirklichkeit schreibst du die Kommentare alle, oder? Nee, aber man muss ja wirklich mal sagen, wenn du jetzt mal... Unter fünf Twitter-Accounts geht gar nichts. Nee, wenn du aber jetzt mal wirklich in die Telegram-Gruppe schaust, in Europa-Kommentarspalte, muss ich sagen, waren wirklich viele gute Dinge dabei. Also wirklich viele gute Kommentare auch von Leuten, die die Bücher anscheinend alle gelesen haben, wo wirklich, und das ist selten, ja, also wirklich gute Kommentare einfach dabei waren. Also auch zu diesem Thema, was wir hatten, gerade diese Frage der Ethnien. Bene Gesseret haben wir jetzt gar nicht besprochen, zum Beispiel als die großen Puppenspieler. Wir hatten das ja sozusagen ein bisschen auch Strippenzieher. Strippenzieher, wir hatten das so ein bisschen im Vorgespräch gestern, wo wir nochmal kurz gesprochen hatten, die Rolle der Frau. Ja. Weil im Grunde genommen wird das Universum ja von Frauen beherrscht, im Grunde genommen, ja. Aber halt über so einen typischen Frauen-Move, also nicht offen, sondern über so eine Art Logik-Sekte, die im Prinzip durch Verführung, Intrige, Mord, ja, eigentlich alles kontrolliert. Passt ja dann, dass wir den Podcast heute gerade zum 8. März aufnehmen. Zum internationalen Frauentag. Ja, stimmt eigentlich. Liebe Frauen. Dieser Podcast ist für euch. Ja, dieser Podcast ist für euch. Ihr beherrscht die Welt. Die kleine Frauen-Klicke ist es. Jetzt haben wir es endlich aufgedeckt. Und ja, das ist auch ein sehr interessantes Thema in diesem Film. Also wie gesagt, Religion, Macht, Geopolitik. Wie gesagt, das haben wir jetzt gar nicht angesprochen mit dieser kleinen Führungsklicke. Und, Volker, das haben wir jetzt gar nicht drin, aber das würde ich auch nochmal erwähnen, inwieweit eben Paul auch der Auserwählte ist. Weil das war ja auch eine ganz interessante Geschichte, wenn die Leute sagen, dieser Film ist eine Religionskritik. Also zu sagen, die Bene Gesseret gehen her, implantieren auf jedem Planeten eine Fake-Religion, um alle zu beherrschen. Ja, wieso ist denn aber Paul dann nicht gestorben durch dieses Gift der Würmer? Wieso wird denn Paul wie bei der Prophezeiung wieder, ja, im Grunde genommen von den Toten zurückgeholt durch die Träne von Chani? Ja, das ist ja im Grunde genommen fast schon so ein Abbild von Jesu Christi, muss man schon fast sagen. Ähm, wieso ist das denn so, wenn er nicht der Auserwählte ist? Und wieso, wieso gucken denn in dieser Spoiler, mehr oder minder Endszene, Imperator und Bene Gesseret, äh, beschämt, beschmutzt und fürchtend auf ihn? So von wegen, er ist ja wirklich da, der Messias, er ist es ja. Ja, das heißt, du könntest auch ganz andersrum gehen und sagen, das ist gar kein religionskritischer Film, sondern Paul ist der Inbegriff des Messias, der zum Leben erweckt wird. Auch so könntest du das lesen, das passt ja zu deinem Thema Volker der Ambivalenz des Films. Auch so könnte ich das sehen als religiöser Fanatiker, könnte ich sagen, hier ist ein Film gedreht worden, in dem einer aufersteht und das Schwert ergreift und praktisch alles hinwegfegt im Namen des Heiligen. Ja, wäre vielleicht ein interessantes Thema für einen Live-Podcast, in dem wir dann immer einen aus der Telegram-Kommentarspalte zuschalten, der uns dann erklären soll, warum das total scheiße ist, weil die Hälfte des Casts eben aus People of Color besteht und wir beleidigen den dann eine Dreiviertelstunde und dann darf der Nächste sich zuschalten. Irgendwie so könnte man das vielleicht auch nochmal in einer zusätzlichen Episode besprechen, weil ich glaube, die Themen dafür liegen auf der Straße. Ich glaube, dafür würde ich auch bezahlen. Gut so, das ist schön. Ja, also wenn Volker andere Leute beleidigt, ja, das ist mir ein Fünfer wert. Dann wäre ich jetzt aber schon reich. Ja, in diesem Sinne steigen wir jetzt lieber aus, bevor noch irgendwer beleidigt wird. Liebe Freunde, ja, wir haben im Übrigen noch, das hatten wir als Twitter-Kommentar, wer im Übrigen nochmal die Kurzgeschichte von Tune hören will, hört sich einfach Iron Maiden, To Tame, A Land an. Und dann hat er das alles in sieben Minuten zusammengefasst. Ja, das ist ein sehr guter Song und als kleines Nerd-Insider-Wissen auch der Name einer Warcraft-3-Mission, die sehr, sehr gut ist. Oh, jetzt geht das schon wieder los. Im Übrigen, danke an den Hinweis an den Twitter-Nutzer in den Kommentaren. Ja. Es sind auch immer mal ein paar gute Leute dabei. Grüße gehen raus, ja. Gut, in diesem Sinne, ja Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich den Podcast finden soll. Es ist wie der Film, es ist alles irgendwie durcheinander. Chaotisch. Aber das ist wirklich ein komplexes Thema und das war mir vorab wirklich gar nicht bewusst, wie, muss ich ehrlich gestehen, dieses Dune-Universum, dass das echt eine schwere Nummer ist irgendwo. Habe ich auch nicht gedacht. Passt so wie das A-Team. Ja, nicht komplex. Nein, Quatsch. In diesem Sinne, Männer, macht's gut. Wer will, kauft sich die Bücher und ansonsten, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. Bis dann. Bis dann.